Sie haben keinen grünen Daumen? Gar kein Problem, mit diesen Pflegetipps hält sich Ihr Weihnachtsstern über die Festtage hinaus und hinein ins nächste Jahr. Der Weihnachtsstern ist die typische Zimmerpflanze der Weihnachtszeit. Er ist rein dekorativ und von kurzer Lebensdauer. Befolgst Du diese Pflegetipps, kannst Du länger Freude an ihm haben. Der Weihnachtsstern verträgt keine Temperaturen unter 12 Grad Celsius, 15 Grad Celsius. Er mag auch keine Zugluft. Er mag viel Licht, doch um wieder blühen zu können, braucht er auch Dunkelheit. Wirf ihn nicht weg, wenn er seine Blätter verliert. Er geht nicht ein. Stell ihn an einen hellen Ort oder im Garten in den Halbschatten und lass ihn im Sommer dort wachsen. Ende September wird er wieder blühen.